Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Neben dem Xperia XZ hat Sony auf der IFA 2016 auch das Xperia X Compact vorgestellt. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich dabei endlich mal wieder um ein ziemlich handliches, kompaktes Smartphone. Leider aber nicht unbedingt mit High-End, sondern eher mit Mittelklasse-Hardware. Beginnen wir aber wie immer erst mal mit dem Design. Sony setzt hier anderseits beim Xperia XZ nicht auf Aluminium, sondern auf Kunststoff in Hochglanzoptik. Durch das grundliche Rahmendesign erinnert das Xperia X Compact sehr stark an die ersten Nokia Lumia Smartphones. Ich muss ganz ehrlich sagen, es fühlt sich bei weitem nicht so hochwertig wie das Xperia XZ an, liegt durch die kompakte Größe aber extrem gut in der Hand und selbst Leute mit kleineren Händen sollten dieses Smartphone problemlos einhändig bedienen können. Mit 9,5 Millimetern ist es dem einen oder anderen vielleicht einen Tick zu dick, dafür wurde aber auch ein 2700 mAh starker Akku verbaut. Der sollte bei einem nur 4,6 Zoll großen Display durchaus für eine ordentliche Akkulaufzeit sorgen. Das Display löst wieder mit 1280x720 auf und Sony verbaut erneut ein IPS-Display. Man kann sich jetzt natürlich streiten, ob die Auflösung nicht vielleicht doch höher sein könnte, aber in Sachen Farbdarstellung machte das Display einen ziemlich guten Ersteindruck. Einzig die Helligkeit schien nicht ganz so gut wie beim Xperia XZ zu sein. Oberhalb des Displays finden wir dann eine 5 Megapixel Frontkamera und auch hier sitzt Sony natürlich wieder auf Onscreen-Tasten. Stereo-Frontlautsprecher kommen ebenfalls zum Einsatz, die konnte ich allerdings noch nicht genauer testen. Auch hier finden wir auf der linken Seite wieder den Einschub für eine SIM-Karte und eine MicroSD. Der 32 GB große interne Speicher kann also ohne Probleme erweitert werden. Leider ist das Xperia X Compact aber nicht IP68 zertifiziert. Auf der rechten Seite befinden sich dann auch hier ein dedizierter Auslösebutton für die Kamera, die lauter leise Wippe und der Powerbutton, in den auch hier wieder ein Fingerabdrucksensor integriert wurde. Erwähnenswert ist, dass Sony auch beim Xperia X Compact auf einen USB-Type-C-Port setzt, allerdings nur mit USB 2.0. Die Hauptkamera auf der Rückseite löst mit 23 Megapixeln auf und kommt wieder mit Sonys bekannten Hybrid-Autofokus. Videos können hier allerdings maximal in 1080p aufgenommen werden. Die Kamera-UI sieht dann aber genauso aus wie bei älteren Sony-Smartphones. Als Prozessor kommt der Qualcomm MSM 8956, also ein Hexacore-Prozessor mit maximal 1,8 GHz zum Einsatz. Dazu gibt es dann 3 GB RAM. Obwohl hier kein High-End-Prozessor verbaut würde, machte die Performance einen extrem guten Ersteindruck, was nicht zuletzt auch der extrem schlanken Xperia UI zu verdanken sein dürfte. Apropos UI, hier gibt es ähnlich wie beim Xperia XZ nicht viel Neues zu berichten. Es kommt natürlich Android 6.0 zum Einsatz und die Xperia UI sieht genauso aus wie beim Xperia XZ. Aber ja, das ist das Sony Xperia X Compact. Es soll ab September in den Farben Nebelblau, Nachtschwarz und Weiß für etwa 449 Euro hier in Deutschland erhältlich sein. Meiner Meinung nach ein ziemlich interessantes Smartphone. Das liegt aber vor allem an der Größe. Den Preis finde ich Sony-typisch wieder deutlich zu hoch. Aber naja, das soll es von diesem Video gewesen sein. Lasst mich doch mal wissen, was ihr von diesem Smartphone haltet. Ich hoffe natürlich, wie immer das Video hat euch gefallen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.